UNTERTITELUNG 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 Alex Nowak hat gerade kleinere Probleme in seiner Beziehung. Es passiert ja jetzt nicht jeden Tag, dass man sich beim Geschlechtsverkehr die Rippe unter Steißwein brennt. Er sagt mir einfach, wer es war, okay? Sag mal, Alex, spionierst du mir nach? Was ist denn der blaue Dildo? Verpiss dich, du Pfeife. Versteh doch. Der hat dich betrogen und verastet. Bitte mach mich zum Papastier, okay, bitte? Bitte? Jetzt! Wir haben alle Kehlen gefüllt! Hey, Oma. Doch seine größte Herausforderung Ihr seid heute hier, weil ihr Muschis seid. Also, entschuldigen Sie, ich bin keine Muschi. Hallöchen. Steht ihm noch bevor. Wie? Du gehst jetzt hin und sagst was Nitziges? Warst die Situation entspannt? Du schaffst das! Irgendwas? Warst die Situation entspannt? Na? Warst du Katten? Sag mal, hast du gerade meine Freundin angemacht? Mann, ich hab die Schnauze voll, wirklich! Das hat doch alles, alles nichts von Mann werden zu tun! Was findest du toll an einem Mann? Dass der Humor hat, dass er zuhören kann, dem man vertrauen kann und der Verantwortung übernimmt. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, hier ist auch echt gar nichts, oder? Das Allerwichtigste für einen Mann ist, dass er weiß, was er will. Alex! Was machst du da? Na ja, feiern und Spaß haben und so. Haben Sie Flugangst? Nein! Ich hab doch keine Flugangst! Nie wieder! Nie wieder!